Nein, Quatsch. Also, wir nehmen uns natürlich den Edelstein hier. Natürlich, natürlich. Sind uns ziemlich sicher, dass das... Ich bin, äh... Guck hier! Lass uns den... Hm. 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 Pritzel! Remington's Exponat. Achso, warte mal. Hier, wir müssen ja sowieso hier nochmal gucken. Ähm... Notizen. Ja, ja. Weg da. So, also. Zwei haben wir gelesen. Neuer Safe. Das ist die Kombination für den neuen Safe, der erst kürzlich im Büro eingebaut wurde. Ich muss den Safe öffnen, um an die Wertgegenstände darin zu gelangen. R4, L9, R6, L1, R8. Gut, das hatten wir ja schon. Remington's Exponat. Dem Exponat fehlen drei wichtige Artefakte, die separat angeliefert wurden. Ich muss sie finden und den Piraten wieder in seinen Ursprungszustand versetzen. Bei dieser Ausstellung ist mir die historische Authentizität besonders wichtig. Richtig, wichtig. Durchgebrannte Sicherung. Der Sturm muss den Stromausfall verursacht haben. Ich sollte den Sicherungskasten im Keller überprüfen. Vielleicht kann ich es selbst reparieren. Ja. Also, Fräulein. Als, äh... Also, als... Also, als Nicht-Fachkraft für Strom... Finde ich das schon ganz schön... Naja. Durchgebrannte Sicherung. Sicherungskasten überprüfen und reparieren, wenn möglich. Gut. Machen wir. Geht ja auch nicht. Ohne Strom, kein Licht. Es ist zu dunkel und ich brauche Licht. Gut. Das ist ein Notfall. Können wir hier einschlagen. Ich habe immer befürchtet, dass es sich... Dass ich einmal die 9 dafür ergeben würde und heute ist es soweit. Also... Ding! Mäuschen. Alter. So. Das nehmen wir. Keine Batterien. Und die Axt. Taschenlampe. Okay. So. Funkelte Bereiche verweisen auf Wimmelbildszenen hin. Klicke auf den funkelnden Bereich. Oh, ich gucke. Klicke auf den funkelnden Bereich. Finde alle unten angegebenen. Klicke auf den Gegenstand, auf den der Pfeil zeigt. Mit Hilfe des Echolots kannst du die Silhouette des Gegenstandes sehen. Halte einfach den Cursor auf eines der Objekte auf der Liste. Klicke um fortzufahren. Okay. Wir versuchen das mal ohne... Wir... Er will ja, dass wir das tun. Verwende einen Hintern, um den Fall zu finden, damit es nicht sauer ist. Bis zu... Wenn man sich wieder auflädt. Ja, ist... Okay. Gut. Also. Wenn du gerne zu suchen kannst du auch Majong spielen. Ich will lieber versteckte Klicke hier um Majong zu spielen. Ich... Will nicht. Nein, ich will nicht. So. Okay. Also... Lass erstmal gucken. Wir brauchen Feuerlöscher, Kleiderbügel. Kleiderbügel ist hier. Feuerlöscher ist hier. Handschuhe, Gehstock, Batterien. Die sind versteckt. Deswegen ist es Yelp. Achso. Ah. Okay. Handschuhe. Da ist was Handschuhiges. Okay. Ein Gehstock. Ein Gehstock. Eine Kamera. Müssen wir eine Kamera? Okay. Gut. Also ein Gehstock. Hier ist ein Gehstock. Ein Eimer. 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 Eimer sind ja meistens unten irgendwo. So. Da ist ein Eimer. Ein Bottich. So. Eine Tasse. Ist hier. Okay. Ein Foto. Kann man das hier weg machen? Jawoll. Jetzt können wir eine Krone nehmen. Pferd. 0 von 2. Hm? Ah. Und das können wir auch noch wegnehmen. Sehr gut. Also. Das ist keine Krone. Das ist ein Kabel. Was soll denn noch? Ähm. Zwei Pferde. Eine Krone. Und ein Stativ. Das ist eine Krone. Hier ist ein Pferd. Hier ist ein Stativ. Äh. Pferd. Ferdinand. Da ist noch ein Pferd. Gut. Okay. Dann noch eine Krone und ein Foto. Das haben wir noch nicht aufgemacht. Egal. Suchen wir erstmal die Krone. Die war ja hier irgendwo. Ich benötige nur einen Schraubenzieher. Ah. Okay. So. Ah. Guck mal. Hier. Bakterien. Ähm. Patitzel. Foto. Okay. Ach. Hier ist noch was. Okay. Ja. Bomb. Okay. Spannend. Ähm. Krone. Das ist keine Krone. Das ist auch keine Krone. Das ist auch keine Krone. Ist das eine Krone? Nö. Äh. Das ist eine Krone. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Sicherung. Juhu. Sehr gut. Dann. Äh. Wollen wir mal die Sicherung hier applizieren. Das ist eigentlich nicht wahr? Also. Und... Einschalten. sometime ist... Ja, das hat die Macht gestorben. Mom, komm hier, schnell! Moment, ich musste noch eben einen Schluck aus meinem Tee trinken. Ich kann nicht glauben meine Augen. Die Showpiece fuhr einfach weg. Und er hat etwas in die Schraube, in den Schrauben. Okay. Ein Ei. Nee, ein Ring. Oh je, das ist eine blöde Sache. Goldenes Siegel. Äh, warte, ich bin hier noch nicht. Ich, äh... Mysteriously shaped Ring? Maybe it's a key to something. Like in Adventure-Movies. Klar, ist... Leben ist einfach... Wie ein... Film. Ah, ich muss in mein Büro. Und jetzt muss ich... Warte, ich lass mich kurz denken. Ich muss in... Achso, natürlich. Ich muss hier reingucken und äh... Singa! Jetzt kann ich das drehen. Äh, das ist auch ein dicker Ring. Dublone. Was da jemand hinter mir? Niemals. Niemals. Mom! Mom! You'll serve my purpose maiden. Sail forth my ship to Skull Island. Mein Museum! Die hätten die Videos durchaus gerne mit mehr Bit-Raten aufnehmen können. Okay. Neues Ziel. Meine Tochter retten. Gucken wir doch erstmal. Meine Tochter retten. Meine Tochter wurde von einem wiederauferstandenen Piraten aus dem 18-Jährhundert entführt. Und das ist alles meine Schuld. Ich muss den Piraten verfolgen und meine Tochter helfen, bevor etwas noch Schlimmeres passiert. Na, wenn du das sagst. Die ganze Ausstellung... Ja, das ganze Museum ist zerstört. Der Spalt ist zu klein für mich. Ich muss ihn vergrößern. Gib mir die Axt. Geisterschiff. Ist auch immer eine gute Idee, in den Rumpf von dem Schiff einfach erstmal ein Loch reinzuballern. So können auch nur Geisterschiffe fahren. Oh. Guck mal, da ist doch... Ja, hallo. Ja, geht ne. So, was haben wir denn hier? Ein Seestern. Mit dem können wir reden. Können wir sonst noch irgendwas? Mit dem können wir reden. Dem können wir... Hm... Also auch... Naja, Geister sind halt auch nur Menschen, ne? Was haben wir hier? Diese Eige leuchtet... Leuchtetetet. Ich habe noch nie so eine Pflanze gesehen. So, und da... Wir reden erstmal. Wir reden erstmal. Eine Frau auf dem Board? Das ist doppelt die schlechte Glück. Aber... Willkommen irgendwie. Diese Kursetetet, belongs zu Kapitän Remington. Der größte Pirate der ist. Wo ist seine Crew? Well, was ist es? Jetzt, dass der Kapitän zurückgebracht hat, wir haben den alten Schiff auf Skull. Alles klar. Guck mal, ne Karte. Da. Machst du jetzt immer... Aktionen verfügbar? Ich bin hier. Mach die jetzt immer... Also mach die jetzt echt immer... wo die ersten Kringel? Dann weiß sie am Ende auch nicht mehr, wo sie ist. So, was haben wir hier noch? So, you fancy me bottle of shiny fluid. I can't give everything away for free. Ja, das ist wohl wahr. So, hier... Die Eisenleiste ist auf die Falltür gelagert. Ich muss sie durchsägen. Klar. Sägen wir. Mannschaftsquartiere. Hi. Mom! Help me! Neues Ziel. Vom Schiff fliehen. Ja, vor Gott sagen, das haben wir ja noch nicht abgeschlossen. Vom Schiff fliehen, um die Spur von Remington und meiner Tochter weiterverfolgen zu können, muss ich von diesem vermodernden Schiff fliehen. Die Falltür mit dem Oktopus darauf führt auf das Oberdeck und öffnet sich nur mit Hilfe von drei besonderen Schlüsseln. Ich muss die finden. Drei Männchen, die fallen. Okay. Gut. Erstmal ne Säge. Kann man ja einfach mal gebrauchen. Und ein Arm. Ist ja auch nie weg. Und hier können wir nach oben lugen. Was ist denn hier? Oh ja. Hähn. Hm. Pfff. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass die Masten auf Piratenschiffen häufig verwendet wurden, um Geißeln daran zu fesseln. Hm, okay. Gehe zurück. Was haben wir hier? Achso. Scheint nichts miteinander zu tun zu haben. So, dann haben wir hier noch was. Ah ja. Ah, ich verstehe. Ja, okay. Ich, ähm, mhm, alles klar. Wir müssen erstmal ein bisschen deeper. Dazu singen wir hier mal Tiki, Tiki, Tiki. Und Tiki, Tiki, Tiki. Azoomba! Ei, 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 ei. Erstelle einen Gegenstand. Okay, okay, okay. Äh, if I had a hammer. I hammered in the morning. I hammered in the evening. Der ist ja mies. Ah ja. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Hammer! Okay. Hier gibt es viele Gegenstände, vielleicht finde ich etwas nützliches. Ja, das... Haben wir schon. Das ist toll. Was haben wir hier? Neues. Ah ja. Klar. Nur so kann es sein. Trinkwasserlager.